Das Altlastensanierungsgesetz kann sich für Unternehmer zum Albtraum entwickeln, nämlich dann, wenn der Zoll vor der Tür steht und sagt, ich will jetzt für die letzten fünf Jahre Altlastenbeiträge von dir. Und das kann bei Abbauunternehmen in die Millionenhöhe gehen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhofer von der Umweltrechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und wir sprechen vom Altlastensanierungsgesetz und das ist ein Geldbeschaffungsgesetz. Es wird Geld hereingeholt, um dieses dann für die Sanierung von Altlasten zu verwenden. Und von wem holt man sich das Geld? Von Leuten, die Abfälle ablagern, verbrennen oder im Hochofen einsetzen. Und dieses Ablagern wird relativ weit verstanden. Und man versteht darunter eben auch das Verwenden von zum Beispiel Bodenaushubmaterial, um Gelände zu gestalten, Geländeanpassungen vorzunehmen. Und das kommt ja eben nach einem Abbau, nach dem Nutzen eines Steinbruches ja durchaus öfter vor. Und insofern ist für die Abbauunternehmer ja ganz entscheidend, dass es hier zwei Ausnahmen gibt im Altlastensanierungsgesetz. Die eine für Berge und Abraum. Die gelten schon von vornherein nicht als Abfall und sind deswegen auch nicht beitragspflichtig. Und eine zweite Ausnahme für Bodenaushubmaterial. Die sind nämlich so lange nicht beitragspflichtig, solange man dieses Material zulässigerweise verwertet beziehungsweise seit der Novelle 2017 im Einklang mit dem Bundesabfallwirtschaftsplan verwendet. Und insofern hätte ich jetzt fünf Tipps für Abbauunternehmer, um sozusagen der Altstagbeitragspflicht bestmöglich zu entkommen. Der erste Tipp lautet, trennt mal begrifflich Abraum und Berge einerseits. Die sind nämlich gar nicht Abfall von vornherein. Und Aushubmaterialien, die man von extern zugeführt hat, andererseits. Das heißt, das muss man mal auseinanderhalten. Der Tipp Nummer zwei ist, Material vor Ort bestmöglich trennen, beziehungsweise wenn das nicht passiert ist, und das ist ja oftmals nicht passiert in der Vergangenheit, zumindest eine Untersuchung vornehmen und belegen, dass die Materialqualitäten gepasst haben, sodass ein gemeinsamer Einbau durchaus zulässig war. Dritter Tipp, bevor man Mengen nach draußen gibt und sich zu Mengen äußert, vorher die Mengen intern erheben, sodass man sich hier nicht verhaspelt und möglicherweise auch unglaubwürdig wird. Der vierte Tipp ist, Genehmigungslage checken, weil der Einbau des Materials muss ja zulässigerweise erfolgt sein und berücksichtigen, dass möglicherweise Abweichungen nicht immer genehmigungspflichtig sind. Der fünfte Punkt auch ganz wichtig, darauf achten, wie kommuniziere ich nach außen. Das muss einheitlich sein und das muss glaubwürdig sein.